das war das ding wegkriegen hei 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 ist gar nicht mal so leicht hier aber wenigstens leistet sich leicht locken, das ist schon mal etwas gutes aber ich krieg hier so viel rohrstoffe das lohnt sich schon richtig und das auf jeden fall so was haben wir denn hier er ist nicht so schlimm der ist auch nicht so schlimm runterwärts die zwei die sind ja haltet die mal ein bisschen auf hier grünes licht wow fuck ah manne güte wo kommen die alle her alter schwede alter schwede alter schwede wir wollen da noch kommen ey meine güte oh das sind zu viele das sind zu viele dann nach oben taktischer rückzug nennt man sowas ok der ist schon mal weg hat ein bisschen treibstoff verloren das ist gut für uns alter da oben geht es noch weiter gell sind unterwegs im gange ach bitte nicht noch einen verlieren jetzt wir locken es einfach mal raus ich hoffe das klappt ne klappt nicht wir müssen den ihren nachschub kaputt machen na geht noch nicht verdammt koordinaten bestätigt da kommt so viel auf einen schlag gell er kommt so viel auf einen schlag gell ach das kann man gar nicht kaputt machen oh ne volle kraft voran so ein missionsziel im gange da kommen sie ja ich weiß ändert also alter schwede alter schwede du cool weg 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 waaa weg Darf doch nicht wahr sein, ey. Ich weiß gar nicht, warum da so viele kommen, ey, der ist ja abnormal, ey. Stimmt, den EP hab ich auch noch, total vergessen, total vergessen, ey. Meine Güte. So, was soll ich jetzt damit machen? Koordinaten bestätigt. Äh? Bereit für Einsatz. Nuklearrakete abgelöst. Bestätigt. Im Gange. Ist der jetzt erobert oder nicht? Schade ich doch noch nicht. Bereit für Einsatz. Ey, das ist schon einiges, was da rumballert, ey. Wahnsinn, ey. Aber egal, ob wir es nicht schaffen, wenn wir es nicht schaffen sollten, dann behalten wir trotzdem eine Rohrstoffe. So. Verstanden. Ich check das hier jetzt gerade nicht. Wir müssen mal... Bestätigt. Bereit für Einsatz. Bestätigt. Du müsst was doch mal, äh, gelöst haben, oder? Roger. Also, das Große hält am meisten aus, aber der ist kleiner. Das ganz kleine, das war ja richtig schnell weg. Leider. Starte. Nuklearrakete. Roger. Die Wachtürme, die sind ja auch nicht ganz ohne, ey. Muss man echt mal zugeben, also die haben schon Power. Wäre froh, wenn ich jetzt drei Schiffe hätte. Energieschilde aktive. Verstanden. Alleweilfeuerkraft noch ein bisschen höher. Volle Kraft voraus. Ach du Scheiße. Also, eins von zwei hätten wir schon mal. Äh, wo wäre das zweite dran? Hier? Nee. Nee. Ich glaube, das sind diese Türme hier. Oh, shit, ey. Schaut mal, was da noch alles auf den Zug kommt. Rrrr. Freunde machen schon richtig der Match, ey. Alle zum Einsatz. Aber leider nicht genug. Das ist eine Reparatur. Er muss kaputt gehen hier, Mann. Waffensysteme werden. Der auch. Ziel bestätigt. So, drauf. Druf auf die Musch. Hopp. Aber es sieht schon richtig geil aus. Das muss man auf jeden Fall zu geben. Waffensysteme bereit. Auch wenn ich gerade ein bisschen im Schwitzen bin. Alle zum Einsatz. Ob das gut geht? Sind unterwegs. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaube, ich brauche Treibstoff unbedingt. Ich brauche unbedingt Treibstoff. Und da drüben finden wir ein bisschen was. Dass wir uns wenigstens einmal reparieren können. Aber wenn wir da sehen, was da kommt, ey. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wollen wir erst wieder zurück? Verstanden. Gerade diese großen Zerstörer und so weiter. Die haben so viel Power. Ja. Wenn niemals schießen, dann geht es richtig Damage. Leider. Aber ich will versuchen, da hochzukommen. Und ich muss, um diese Mission wenigstens zu beenden. Ne, Aufträge will ich jetzt erstmal nicht machen. Die Zusatzaufträge. Ja. Die muss reparieren. Boah, da kommen die Nächsten. Da kommen die Nächsten, ey. Scheiße. Die Kleinen sind schnell und die machen einen Haufen Schaden, weil die auf die Zug fahren. Okay, jetzt ist die Frage. Das wäre nochmal so ein Teil, was ich brauche. Der hätte mal wenigstens die Hauptmissionen mal sicher. Und das wäre schon mal gut. Sind das... Wenn die hier durchfahren, am besten gleich drauf. Und zwar, wenn der Dicke kommt. Wenn der Dicke kommt. Jetzt. Bisschen fahren dabei. Weil er schickt lauter so kleine hier. Zur Not, wie gesagt, reparieren. Ab, knack den, knack den, knack den, knack den, knack den, bitte. Ja. Ach, Gott sei Dank, ey. Haben wir da noch was zu befürchten? Oh, 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 oh. Wo kommst du her? Ein U-Boot. Und nochmal, welche? Ah, verdammt. die kleinen finde ich immer am hässigsten zurück 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 wo kommen die alle her Alter, ey. Nee. Ich hoffe, ich pack's jetzt so. Eieieieiei. Na komm schon, komm schon, Digga. Komm schon. Alter, das gibt's doch nicht, was da alles kommt, ey. Das ist ja der Wahnsinn. Ich will die jetzt noch nicht unbedingt rausspielen. Es könnte natürlich eng werden, aber ich hab die Hoffnung immer noch. Weil einmal reparieren könnten wir ja noch. Wow, ey. Wow, 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 wow. Komm die nur die kleinen immer her, ey. Den Dicken da. Wie viel Sinn ist das doch, bitte? Ich muss aber werden. Alter, jetzt langsam mal, oder? Scheiße. Alter Schwede, ey. Das gibt's doch nicht, ey. Willst du mich jetzt verarschen, oder was? Boah. Nein. Nein, da ist nur noch eine drin. Ah. Verdammt nochmal, ey. Kommen die alle her, ey? Ist ja Hammer. Warte mal. Warte mal. Hau da wieder eine auf, ey. Ich krieg die ja gar nicht los, oder? Haltet durch, haltet durch, bitte. Wahnsinn, ey. Freu mich, wo die alle herkommen, ey. Alter. Kampfstationen. Alle zum Einsatz. Boah, da kommen nochmal welche. Ja, ich seh's. Die wissen nicht mal, was da wirklich passiert ist. Schön. Na, ich glaub, die wissen das schon, gell. Das war der B. Ah.